Wünscht noch jemand das Wort? Das ist nicht der Fall, die Debatte ist geschlossen. Wir gelangen nun zur aktuellen Stunde zum Thema... Nach der Erklärung der Bundesregierung findet jetzt eine Aktuelle Stunde statt. Finanzminister Hans-Jörg Schelling diskutiert mit den Bundesrätinnen und Bundesräten über die budget- und finanzpolitischen Zielsetzungen des Regierungsabkommens. In der Präsidialkonferenz wurde ein Vernehmen über folgenden Ablauf erzielt. Zunächst kommt je ein Redner, eine Rednerin pro Fraktion zu Wort, dessen bzw. deren Redezeit jeweils zehn Minuten beträgt. So dann erfolgt die Stellungnahme des Herrn Bundesministers, die ebenfalls zehn Minuten nicht überschreiten soll. Danach erfolgt wieder eine Runde, je ein Redner, eine Rednerin jeder Fraktion sowie anschließend eine Wortmeldung der Bundesräte ohne Fraktion mit jeweils einer fünfminütigen Redezeit. Zuerst kann noch eine abschließende Stellungnahme des Herrn Bundesministers erfolgen, die nach Möglichkeit fünf Minuten nicht überschreiten soll.